Ich mache die Verträge nicht, aber es ist so, dass natürlich das immer mehr zerflattert wird, damit mehr zahlt wird oder so viel zahlt wird. Und wenn viel zahlt wird, können die die Zahlen gewisse Rahmenbedingungen festlegen und sagen, wir brauchen da Einschaltquote. Und deshalb wird es so festgelegt, das ist der einzige Grund, dass das für die Fans, die ins Stadion gehen, nicht gut ist. Da brauchen wir nicht drüber reden, das wissen wir, aber so ist es halt in vielen Ligen, weil wir in diesem Wettbewerb sind und weil wir natürlich zu nicht unerheblichen Teilen abhängig sind vom Fernsehgeld. Das ist einfach Fakt und da sind wir mit dabei und deshalb wird es so gemacht, wie es gemacht wird. Bei mir wäre es lieber, wenn wir wieder am Samstag kriegen, wenn wir davon ausgehen könnten, dass es nicht spannend wird. Aber es ist zu befürchten, dass es spannend wird. Da haben Sie, ich habe es schon verstanden, aber da haben Sie recht. Ich gehe auch davon aus, dass es ein spannendes, enges Spiel wird. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht mehr so ist, dass es nicht mehr so ist, dass es nicht mehr so ist.